Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer heutigen Sendung von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüße ich heute meine Kollegin Jessica. Hallo. Heute sprechen wir über deine Reise nach Ilan, die du Ende Mai gemacht hast, oder genauer gesagt deine Reise zum Taiping-Shan. Kannst du nochmal kurz erklären, wo genau das überhaupt liegt in Taiwan? Also Ilan ist quasi ein Landkreis, der östlich, nordöstlich von Taipei liegt. Also man fährt mit dem Auto vielleicht eine Stunde bis nach Ilan. Und es gibt dort einen Bereich, den nennt sich Taiping-Shan. Das ist ein Berggebiet, das sehr, sehr hohe Berge hat, wo man wohnen kann. Ein sehr, sehr friedlicher Ort. Auch so ungefähr 2000 Höhenmetern. Also man kann da vielleicht sogar schon ein bisschen Höhenkrankheit erfahren, wenn man da hinfährt. In Ilan selbst im Landkreis liegt Taiping-Shan eher im südlichen Bereich. Und wie bist du darauf gekommen, dort hinzureisen? Das ist eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte. Also ich habe eine taiwanische Freundin, die Lehrerin ist an der Uni. Und da ausländische Schüler und Schülerinnen quasi den Chinesisch beibringt. Und sie hatte diese Reise geplant und mich gefragt, ob ich nicht einfach mitkommen möchte, weil ich dann immer mal nach Taiping-Shan wollte. Das stand ganz, ganz oben auf meiner Liste. Und das wusste sie. Und deswegen hat sie mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Letztendlich aber hatte sie dann eine Covid-Infektion und hat mir dann übertragen, diesen Haufen an ausländischen Schülern, die ich nicht kenne, nach Taiping-Shan zu bringen irgendwie. Wir sind erstmal mit dem Bus zusammen nach Lodong gefahren. Das ist eine Stadt in Ilan, um da eine Nacht zu übernachten, weil wir dann am nächsten Morgen quasi ganz früh los wollten, um nach Taiping-Shan zu fahren. Denn von Lodong geht es noch erstmal ein Stück weit die Berge rein nach Taiping-Shan. Das heißt, das haben wir erstmal gemacht, haben dann abends noch Lodong Night Market gesehen, also den Nachtmarkt in der Stadt, der auch sehr lecker war, muss ich sagen. Und sind dann am nächsten Morgen, weil einer der Schülerinnen unbedingt, unbedingt die Dumplings da haben wollte, die es da typisch gibt, extra um sechs aufgestanden, um uns anzustellen für diese Dumplings, die da so berühmt sind, um diese Dumplings zu kaufen für alle. Das heißt, wir haben dann so zehn Pakete Dumplings gekauft, damit alle etwas Dumpling haben können und sind dann zum Bus gegangen. Und dann wurde es sehr schaukelig auf dem Weg nach Taiping-Shan, weil es geht halt Bergstraßen hoch und wieder runter, wieder hoch und wieder runter und es geht immer weiter hoch. Und vor allem die Straßen sind auch sehr, sehr eng mit diesem Riesenbus, also kriegst du schon ein bisschen Angst, wenn man da runterguckt, weil es rechts neben einem dann einfach steil runtergeht, den Bergabhang. Genau. Und so sind wir letztendlich dann nach Taiping-Shan gefahren und dahin gekommen. Du meintest ja eben, dass Taiping-Shan, dass der ursprünglich eh sehr hoch auf deiner Liste stand. Ist der Berg irgendwie bekannt hier in Taiwan oder warum wolltest du gerade dahin? Was gibt es dort zu sehen? Der ist super bekannt. Es ist ja ein ganzes Gebiet, also sehr, sehr groß und ist sehr bekannt fürs Wandern gehen. Und weil ich persönlich sehr, sehr gerne wandern gehe, stand das einerseits deswegen auf meinem Plan und andererseits sind die Bäume dort sehr besonders. Es ist halt nicht so dschungelig da, wie es jetzt in anderen Bereichen in Taiwan ist, dass es halt wirklich so feucht und dschungelig ist, sondern es ist ein bisschen mehr, ich würde sagen, fast ein bisschen mehr wie in Deutschland, dass du wirklich richtig hohe Bäume siehst. Es ist nicht alles so Verwachsene, sondern wirklich hohe Bäume und ja, deswegen stand das ganz oben auf meiner Liste. Ich dachte, es ist ein sehr besonderer Ort und ich würde sagen, jeder Taiwaner kennt den Ort auch und sagt doch mal, da ist total schön, warst du da schon mal. Ja, so ist das letztendlich auf meiner Liste gelandet. Und dann warst du also für ein paar Tage praktisch so eine kleine Touri-Führerin? Ja, also am Ende kam die Freundin dann dazu, sie war dann negativ getestet, hat dann wieder übernommen und da hatten wir halt so ein paar Routen gesucht und auch gefunden. Direkt am ersten Tag, wir sind dann irgendwann, wir sind morgens losgefahren, waren dann irgendwann mittags dann in Taiping-Shan quasi und da gibt es quasi ein großes Hotel. Es ist auch ein ökologisches Hotel, also wir versuchen halt sehr ökologisch, sehr nachhaltig zu leben da in diesem Berggebiet und mit natürlichen Ressourcen irgendwie umzugehen. Dieses Hotel ist quasi sehr, sehr breit gebaut, also es gibt halt nebenbei, es gibt nichts in der Gegend. Das heißt, das ganze Hotel hatte noch einen eigenen Laden und alles, was man braucht, ist quasi in dieser Anlage vertreten, hat auch ein eigenes Café und so weiter und hat halt verschiedene kleine Häuschen, in denen wir wohnen konnten. Ich habe damals mit den ganzen Mädels zusammen gewohnt, wir waren glaube ich elf Leute, also wir hatten eine eigene Hütte quasi, in der wir gelebt haben, die super schön war und unsere erste Route ging dann auch direkt am Tag der Ankunft los. Bloß ist es so, weil es so hoch liegt, dass es sehr neblig wird mittags. Aber ich fand, das hatte eine ganz eigene tolle Atmosphäre. Wir sind dann wirklich im dichten Nebel da in diesen Wald gelaufen. Im Taiping-Shan wurde früher vor allem von den Japanern während der Besatzungszeit Holz abgeholzt und transportiert. Das heißt, überall sind solche Eisenbahnschienen, so ganz, ganz alte. Und in diesem Wald halt eben auch. Das hat natürlich einen ganz eigenen Flair und eine ganz eigene Atmosphäre, wenn du da Nebel hast und dann diese alten, vermosten, halb zerstörten Eisenbahnschienen, an denen du entlangläufst. Das ist wirklich eine unfassbar schöne Szenerie und das hat mir sehr gut gefallen. Und es ist sehr, sehr still und du fühlst dich, als wärst du gerade in einer Wolke. Und du siehst die Baumstämme, du siehst, dass es ein dichter Wald ist, aber überall der Nebel. Und das hat sowas ganz Magisches, finde ich, was mir sehr, sehr gut gefallen hat direkt am ersten Tag. Das soll auch sehr, sehr typisch dort sein. Und das fand ich sehr, sehr schön, ja. Ich habe aber das Gefühl, dass das allgemeine Taiwan recht oft vorkommt, dass in den Bergen es so nebliger wird. Hier beim Yangming-Shan hat man das ja auch oft. Ja, vor allem halt ab einer bestimmten Höhe, glaube ich, passiert das ganz schnell. Deswegen sollte man immer morgens gehen. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Aber im Taiping-Shan war das, glaube ich, das gehört halt dazu, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen Leute gehen auch dahin, um das genau zu sehen. Das war mir vorher nicht klar, aber eine sehr schöne Überraschung auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, dass der Taiping-Shan leicht, dass man da leicht drauf wandern kann? Ja, also die Trails, die Iwi gemacht haben, die waren halt vor allem sehr nah an der Hotelanlage. Die Hotelanlage an selbst ist quasi eigentlich der Startpunkt von vielen Wanderwegen. Also allein von der Hotelanlage selbst gehen zwei, drei Wege schon los. Und ich würde sagen, ja doch schon, am zweiten Tag sind wir noch ein paar andere Wege gelaufen und die waren sehr, ich nenne es mal wurzelig, aber doch sehr gut ausgebaut. Und am zweiten Tag sind wir sehr früh morgens los, sodass es nicht so nebelig war. Ich glaube, im Nebel wäre das ein bisschen gefährlicher und feuchter gewesen. Aber es sind auch Treppenstufen, die haben alle so einen gelben Streifen, sodass, falls es nebelig sein sollte, dass man dennoch die Stufen sehr gut sehen kann. Also ich würde sagen, es ist nicht super schwierig. Ich denke, das ist eigentlich machbar für jeden Anfänger auch. Also ist es dann auch nicht so, dass man den Berg hochsteigt, sondern man praktisch mit einem Bus da schon fast hochfährt und dann einfach oben ein paar Kadewanne. Ja, genau. Also die Hotelanlage selber war schon noch 2000 Meter an. Okay, okay. Du wanderst dann quasi drumherum. Aber ich will es auch nicht so pauschal sagen, denn Taipingshan-Gebiet ist halt sehr, sehr groß. Also du würdest da mit dem Auto auch zu anderen Orten fahren können und da wandern gehen können. Deswegen ist das, bin ich mir sicher, es gibt auch andere Wanderwege dort. Wir sind dann eher die Leichten gelaufen, würde ich sagen, weil es ja einfach ein Urlaub war, auch für alle, um das so ein bisschen kennenzulernen. Aber wirklich einzigartige Gegend, finde ich. Vor allem, ja, es ist halt total weit ab von allem anderen, sodass da halt einfach keine Lichtverschmutzung ist. Du hast abends, hast du die Milchstraße sehen können. Wir lagen auch quasi, also unsere Hütte hatte auch ein gläsernes Dach und wir hatten quasi auf Matratzen geschlafen. Also wie gesagt, es ist halt alles sehr minimalistisch und ökologisch alles eingerichtet und es war letztendlich wie so eine Halle. Und wir haben halt Matratzen bekommen, mehr oder weniger. Und die Matratzen kannst du dir halt so legen, wie du wolltest. Ich habe meine halt direkt unter das Fenster gelegt, natürlich. Und nachts konnte ich dann auch richtig schön den Sternenhimmel sehen, weil da wirklich keine Lichtverschmutzung war. Nicht so wie in Taipé, wo du halt wirklich selten so einen klaren Sternenhimmel sehen kannst. Und das war ein Highlight. Und ein anderes Highlight fand ich auch die Vogelgeräusche. Also da sind, da leben halt wirklich sehr viele Vogelarten, weil es einfach so behütet ist, würde ich sagen. Also sehr natürlich gehalten alles. Und du hörst da Vogellaute am Morgen oder auch andere Tiere, Zirkaden und so weiter ganz, ganz laut. Und das finde ich persönlich war das mein Highlight. Also das kann ich so vielleicht nur aus dem deutschen Wald. So viele Vögel, weil im Dschungel hier in Taiwan hörst du eher Insekten als Vögel, würde ich sagen. Öfters, genau. Und das war in Taiping schon halt was ganz Besonderes für mich. Also eine ganz besondere Atmosphäre. Also bestand der Urlau praktisch größtenteils daraus, dass ihr dann auf dem Taiping schon wandern gewesen seid. Genau. Also wir haben einfach Zeit im Taiping schon verbracht. Da ist auch quasi, da ist so ein alter Zug. Also kein alter Zug, sagen wir mal eher so. Das ist, glaube ich, der alte Weg, wo damals das Holz abgeholzt und transportiert worden ist. Da fährt so ein gelber Zug durch. So ein Zug, wo keine Türen sind. So ein Bummelzug, der ganz, ganz langsam fährt und wo du letztendlich Fotos machen kannst. Ich glaube, das nennt sich Bonbonzug oder so. Also ganz witziger Name, ist mir noch eingefallen. Genau. Und da fährt man halt so lang und ist einfach eine schöne Szenerie. Also kann man mit diesem Zug auf den Berg rauf fahren? Du fährst in den Bergen damit rum quasi. Das ist quasi ein Transportmittel innerhalb der Berge. Und da kannst du nochmal zum anderen Wanderweg fahren und den halt bewandern. Das ist halt echt ganz schön. Und dann sind wir am zweiten Tag wandern gegangen und am zweiten Tag auch wieder runtergefahren. Meine Gruppe, mit der ich unterwegs war, die sind dann wieder abgereist nach Taipei zurück. Und ich habe mir dann nochmal ein kleines Abenteuer gegönnt in Ilan selber. Weil ich dachte, wenn ich schon mal hier bin, kann ich es eigentlich auch nutzen. Wo bist du denn noch hingegangen? Ich war in Jaoxi. Das ist etwas mehr im Norden von Ilan. Und es ist eine sehr bekannte Gegend für heiße Quellen. Also es gibt sehr, sehr viele heiße Quellenhotels und so weiter. Und das war halt kurz, das war das Wochenende vor meinem Geburtstag. Und ich dachte, ich gönne mir jetzt mal so ein Hotel und gönne mir ein bisschen Zeit für mich. Und genau, habe mir dann ein Hotel gebucht, das quasi ein eigenes kleine heiße Quelle hatte. Das ist quasi, wie gesagt, es ist wie ein Badezimmer. Bloß, dass die Badewanne keine Badewanne ist, so wie man es kennt, sondern quasi aus Stein ist. Und dass es da ein extra Wasserhahn ist, wo du das heiße Wasser aus den Quellen quasi abzapft kannst. Wenn ich das mal so sagen darf. Genau. Und weil ich so gerne wandern gehe, habe ich mir gedacht, okay, gehst du wandern. Und dann setzt du deinen vielleicht etwas müden Hintern in dieses schöne warme Wasser. Und gönnst dir das mal. Es war halt Ende Mai, das heißt, es wurde schon ein bisschen warm draußen, sodass die heißen Quellen wäre wahrscheinlich angenehmer gewesen, wenn es kälter gewesen wäre. Aber es war schon okay. Genau. Und deswegen habe ich mir dann nochmal einen kleinen Solo-Trip auf den Matcha-Berg gegönnt, den ich da gemacht habe. Genau. Matcha-Mountain, also Matcha-Berg war auch ein Berg, der ganz, ganz hoch auf meiner Liste steht. Da heißt Matcha-Berg, weil er ein bisschen so aussieht wie Matcha-Tee. Okay, also vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, hat man ein japanischer Fotograf diese Berge fotografiert und hat halt geschrieben, es ist ein Matcha, sieht aus wie Matcha-Eis. Wie sieht denn ein Matcha-Eis aus? Ein Matcha-Eis ist halt sehr grün, also von der Farbe her so grün und dann halt so aufgebaut wie so quasi kleine Hügel hintereinander. Und es sieht halt aus, als wäre das so, ja, es hat halt sehr viel Struktur, sagen wir mal so. Für mich, ich fand es so ein bisschen aus wie Brokkoli, also die Pflanzen, die halt so drauf waren. Genau. Und genau, da wollte ich auch unbedingt hin, weil einfach, es soll ja total schön sein, also wenn man Bilder online sieht, also wenn Sie Matcha-Mountain googeln, finden Sie die schönsten Bilder von grünen Bergen. Deswegen wollte ich da unbedingt hin und dachte mir, okay, stehst du morgen um 5 Uhr auf und dann geht's los, weil ich wusste ja, es wird nebelig. Aber das ist jetzt erstmal ein Cliffhanger, ich erzähle gleich, wie nebelig es geworden ist. Und dann bin ich halt da hoch und hab mir erstmal ein Taxi geholt. Ich bin mit dem Taxi dann erstmal zu diesem Eingang gefahren, beziehungsweise der Eingang von dem Wanderweg, der letztendlich den Matcha-Berg besteigt, ist viel, viel weiter hinten. Du musst super weit laufen eigentlich. Und das Besondere an diesem Weg ist, der ist total religiös, also total christlich. Du begegnest zum Beispiel einer Art, das ist keine Kirche, doch, ich glaube, man könnte es als Kirche zählen, die der Mutter Maria quasi gewidmet ist. Also da sind sehr viele Jesus-Figuren auf dem Weg beispielsweise oder andere religiöse Figuren. Oben auf dem Berg sogar ist Jesus am Kreuz angebracht. Also etwas, was man in Taiwan wirklich eigentlich nie sieht. Also ich habe schon viel bewandert, aber selten sowas christliches gesehen. Und da bin ich diesen Berg da hoch. Also man läuft erstmal richtig lange, einfach nur, nur um den Eingang zu diesem Berg zu finden. Und dann läufst du sehr, sehr steil. Also ich glaube, auf zwei Kilometern läufst du vielleicht 800 Höhenmeter. Also richtig steil geht es da hoch und komplett durch den Dschungel. Das Erste, was du begegnest, ist ein wunderschöner Wasserfall. Also einer der schönsten Wasserfälle, die ich jemals gesehen habe. Das ist so ein Wasserfall mit mehreren Lagen, also mit mehreren Leveln, Etagen. Und ich war ja super früh da. Also ich war um sechs irgendwie dann da, bin da angefangen zu laufen. Und ich bin da hin und da saß ein Mann auf einem Felsen vor einem Wasserfall, hat meditiert. Und ich glaube, seine Frau war das oder auf jeden Fall eine ältere Dame im gleichen Alter, stand davor und hat Yoga gemacht. Hat alles mit dem Gesicht zum Wasserfall. Und irgendwann habe ich mich auch dazu gesetzt und habe, also nicht in die Nähe von denen, etwas weiter weg. Und habe einfach nur mit zugehört und mit dem Wasserfall zugehört und mit versucht, diese Ruhe zu empfinden, die sie da auch empfinden. Und das war für mich ein sehr interessantes Erlebnis, auch das so mal mitzubekommen, wie jemand, weil es ja sehr touristisch war, aber weil es so früh war, war da halt niemand. Außer die, die da halt diesen Wasserfall genossen haben, genau. Und da bin ich als erstes diesen Wasserfall nochmal die paar Etagen hoch, um den Wasserfall auch oben nochmal zu sehen. Und zwar, ich muss sagen, einer der schönsten Wasserfälle, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und von diesem Wasserfall aus ging es dann weiter und irgendwann ging es dann den Berg halt hoch. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und es war auch sehr feucht, muss ich sagen. Es war sehr nass und rutschig. Und der Berg ist auch nicht so ganz ohne. Also Matscha-Berg ist nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Vielleicht, wenn man ganz, ganz langsam läuft. Aber es ist schon wirklich anstrengend. Auch jemand, der das Güte ist, das war schon anstrengend. Und du hast auch gemerkt, je höher wir gekommen sind, je steiler es wurde, wurde es immer stiller. Weil Leute einfach so erschöpft waren davon. Wann dann viele Leute, die da hochgestiegen sind? Ich würde sagen, ja. Also ich bin ja alleine gewesen. Also ich bin ohne Freunde oder so hingelaufen. Aber ich habe mich nicht alleine gefühlt. Weil da halt überall schon noch Leute waren, die da hochgestiegen sind. Und deswegen war ich jetzt nie alleine. Und irgendwann weiter oben habe ich dann schon gemerkt, oh, das ist ein bisschen neblig. Das ist ein bisschen neblig. Es war so um neun. Also es war immer noch recht früh am Morgen oder zehn. Und ich dachte schon, warum ist es denn so neblig? Normalerweise passiert das so eher nachmittags. Ja, und desto höher ich gern ging, desto nebeliger wurdest. Ich dachte schon, oh nein, oh nein, ich sehe gleich nichts. Weil ich habe mich dann weitergekämpft nach oben. Ich war schon total verschwitzt. Alle waren verschwitzt, alle waren fertig. Also tatsächlich Regenwasser und Feuchtigkeit mit Schweiß gemischt. Und das war dieser Moment, wo du nur so ein bisschen deinen Herzschlag hörst. Also du atmest einfach noch ganz schwer, hörst deinen Herzschlag und willst einfach nur nach oben. Und die Belohnung ist ja meistens die Aussicht. Und dann kommt es so da oben an und siehst eigentlich nichts. Und die Stimmung war halt total gedrückt, weil, ja, man nichts gesehen hat. Also man hat wirklich nichts gesehen. Du hast gleich maximal zehn Meter gesehen und sonst nichts. Also du konntest nicht mehr erahnen, dass da irgendwas Schönes ist. Ich habe mich erstmal hingesetzt und gegessen. Dachte, okay, vielleicht zieht es noch weg. Sah dann aber nicht so aus. Ich bin dann trotzdem an den höchsten Punkt nochmal gelaufen. und dachte, komm, jetzt wartest du einfach ein bisschen. Vielleicht siehst du ein bisschen was durch die Wolken. Und du hast einfach gemerkt, wie alle total enttäuscht waren. Und alle irgendwie standen und Bilder machen wollten. Und du hast auch gesehen, quasi die Stelle, wo die meisten Leute Bilder machen, weil da halt der Rasen so ein bisschen abgenutzt war. Aber du hast halt einfach nichts gesehen, gar nichts. Und ja, das war dann ein bisschen enttäuschend. Aber ich dachte dann in dem Moment so, gut, der Weg ist das Ziel letztendlich. Also ich habe ja trotzdem den Weg auch sehr genossen. Und bin einfach oben stehen geblieben. Ich hatte ja Zeit. Also davor hatte ich halt Stress, weil ich dachte, okay, du musst definitiv vor dem Nebel kommen. Aber der Nebel kam an dem Tag scheinbar viel früher als sonst, habe ich dann gehört. Und genau, also habe ich dann gewartet. Ja, immer wieder kam der Wind halt und hat das so ein bisschen weggeblasen. Und ich konnte so ein bisschen erahnen, was da ist. Und dann hatte ich Glück und es ist abgezogen. Und ich habe den Matscherberg gesehen. Und das war wirklich sehr schön grün und groß. Es waren so Wellen quasi, so grüne Wellen letztendlich. Also total schön, wie als hätte der Berg so rillen. Also wirklich sehr beeindruckend. Und es hat sich doch schon gelohnt, auch zu warten dann. Genau. Ja, und dann bin ich wieder runtergekraxelt. Und als du dann wieder runter warst, hast du dich dann nochmal in die heißen Quellen gesetzt? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dann, ich habe dann auch was zum Mittag gegessen. Und dann bin ich auch ins Hotel und habe mich dann in diese Wanne gesetzt. Und war auch sehr glückselig. Ich war ein, wie ein neugeborenes Baby danach. Bei mir hatten die Beine ja schon so ein bisschen, die waren einfach sehr müde von der Wanderung. Auch bergab war anstrengend. Das ist halt sehr steil. Und du bremst halt sehr viel. Und genau, deswegen war ich sehr müde. Meine Beine waren müde. Und deswegen war es umso schöner, dann da zu liegen. Genau, genau. Das war, das war meine Reise, ja. Ja, klingt wie eine schöne Wanderreise. Also würdest du jemandem, der nach Taiwan kommt und gerne wandert, auch empfehlen, da definitiv mal zum Taiping Shan oder zum Matcha Mountain zu gehen? Sagen, Leute, die gerne wandern möchten und ja, daran Spaß haben, auch ein bisschen eine Challenge zu haben, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. sowohl Taiping Shan als auch Matcha Berg. Das ist beides sehr unterschiedlich, aber beides auch sehr, sehr schön. Also ich finde, Taiping Shan ist vor allem für jemand, der einfach weg sein möchte von einer Stadt und diesem Getrubel und sowas, ist das wirklich ein sehr guter Ort. Weil da ist wirklich nichts. Also es ist wirklich nichts. Du sitzt in deinem Zügchen und guckst dir die Fichten an und hörst Vogelgeräusche und kannst die Milchstraße sehen abends. Also genau, das ist wirklich sehr empfehlenswert. Und Matcha Berg ist einfach ein legendärer Berg. Also ich glaube, viele kennen auch, viele Taiwaner kennen den Berg und sagen auch, die möchten da mal hin. Und wer kann, sollte es probieren, finde ich. Also lohnt sich für die Wasserfälle, für den großen Wasserfall, für die kleinen Wasserfälle und auch für die Aussicht, wenn sie dann da ist. Ich hoffe, Leute haben mehr Glück als ich mit dem Nebel. Und Ilan ist halt, wie gesagt, auch echt nicht weit weg von Taipei. Also eine Stunde, zwei Stunden ist man halt dort. Das lohnt sich dann halt auch schon, diesen Ausflug mal zu machen. Ja, ich glaube, Ilan ist echt für viele Leute, die nach Taiwan kommen, erst mal nicht so das, wo man dran denkt. In Touristenführern steht das jetzt nicht unbedingt so drin, habe ich das Gefühl. Ja, also ich glaube, viele Taipeer, also Leute, die in Taipei wohnen, machen in Ilan halt total gerne Urlaub. Also das höre ich halt immer total oft. Aber für Touristen, ausländische Touristen, ist eher immer so Hualien an seiner Ostküste. Hualien oder halt, ja, irgendwie unten die Inseln oder sonst halt kein Ding. Und Ilan, ich glaube, damit kann irgendwie den meisten Leute nicht wirklich was anfangen. Was soll denn da sein, so ein bisschen. Aber ja, wie gesagt, heiße Quellen gibt es da halt ganz viel. Aber auch Reisfelder, total schöne Reisfelder. Aber auch Reisfelder, total schöne Reisfelder.